Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Dies sind zusammengefasste Informationen aus Anthony Williams' zweiten Podcast in dieser neuen Podcast-Serie, die er gerade begonnen hat und zwar mit dem Titel Zitronenwasser – Ist es wirklich so schlecht? Es geht ganz einfach. Du gehst ins Geschäft und siehst dort in der Obstabteilung diese kleinen gelben Dinger, Zitronen. Du nimmst eine oder zwei und hältst sie in der Hand. Denk über die Kraft nach in dieser Zitrone in deiner Hand, was sie erlebt hat, um dort zu landen. Wie ist sie gewachsen? Was ist da drin? Was besitzt sie? Und gleichzeitig denke darüber nach, wie diese Zitrone für dich geschaffen wurde. Tu ein paar Zitronen in deinen Einkaufskorb. Bezahle sie und geh hinaus, setz dich in dein Auto mit diesen freundlichen kleinen Zitronen neben dir und beginne die Reise. Denn Zitronen haben große Heilungskräfte. Da draußen gibt es Gerüchte, die man oft hört. Zitronen sind schlecht, Zitronenwasser ist schlecht, es schädigt die Zähne. Da gibt es viele Ängste in der Gesundheitsszene diesbezüglich, auch von Zahnärzten geschürt. Aber wie viele Menschen essen wirklich viele Zitronen am Tag? Die meisten essen eigentlich gar keine. Und trotzdem sitzen sie beim Zahnarzt und haben alle möglichen Behandlungen. Und darum ist es absurd, Zitronen für zum Beispiel Zahnprobleme verantwortlich zu machen. Wenn man hingegen überlegt, in wie vielen Dingen zum Beispiel Essig enthalten ist, der ist überall. Auch in verpackten Lebensmitteln übrigens. Das wird sehr viel konsumiert. Über die Jahre kommt da einiges zusammen. Oder Kaffee. Menschen trinken das jeden Tag. Drei, vier Tassen. Und es ist nicht so, dass sie da Zitrone reintun. Nein, sie trinken ihren Kaffee. Aber nein, nein, es ist nicht der Kaffee, der vielleicht für Probleme sorgt. Es sind Zitronen. Oder wie oft kauft ihr Essen zum Mitnehmen? Fertiges Essen. Manche Menschen machen das sehr häufig. Aber auch da ist alles Mögliche dabei. Aber keine Zitronen, oder? Und wenn man das jede Woche macht, kommt man vielleicht auf 52 Mal oder so im Jahr. Das ist gar nicht so wenig. Aber essen diese Menschen auch 52 Zitronen wohl kaum. Wenn ihr ins Geschäft geht, sind die Zitronen nicht so interessant. Sie sind sauer. Ach nein, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte lieber Pizza. Oder diese Tüte Chips da. Oder einen Burger. Wie viel davon esst ihr? Mit Soßen und Käse und so weiter. In einem ganzen Leben kommt auch da einiges zusammen, sodass man irgendwann einmal quasi eine halbe Kuh gegessen hat. Dann eine ganze. Und mehr. Mit 47 Jahren, wenn man dann an einer Kuhweide steht, kann man denken, hm, ich habe inzwischen möglicherweise 20 von diesen Kühen gegessen oder mehr. Und ich versuche mir zu überlegen, wie viele Zitronen ich gegessen habe. Der Zahnarzt, der sagt mir doch immer, dass es Zitronen sind, die meine Zähne schädigen. Aber ich glaube, ich hatte 50 Kühe und 4 Zitronen. Also die Sache ist die, es gibt eine Reihe anderer Dinge, die Probleme im Körper verursachen können, die dann beginnen, die Zähne aufzulösen. Denn die Sorge im Zusammenhang mit Zitronen sind die Zähne. Meine Zähne tun weh, wenn ich Zitronenwasser trinke, schadet das den Zähnen, dem Zahn schmelzt, dem Zahnfleisch und so weiter. Aber die Realität ist, dass es andere Dinge gibt, die wir jeden Tag konsumieren, die den Zähnen schaden. Essig ist eines davon, Kaffee ein anderes. Ebenso wie Nahrungsmittel, die im Körper sauer wirken. All das kommt zusammen und wir verlieren unsere Zähne. Lasst uns also realistisch sein, es sind nicht Zitronen, die die Zähne der Menschen ruinieren. Wie viele Zitronen konsumieren Kinder? Und seht euch die Schwierigkeiten an, die Kinder mit ihren Zähnen haben. Bei vielen Kindern faulen sie schon sehr früh. Aufgrund von Mineralien, Mängeln und anderen Problemen. Toxische Schwermetalle in ihren Körpern. Eine Reihe von Dingen spielen eine Rolle. Es geht also nicht um Zitronen. Aber ich weiß, es ist leicht, es ihnen zuzuschreiben, weil sie so sauer sind. Reden wir über diese Säure. Wenn Zitronenwasser in unseren Körper gelangt, wird es basisch, und zwar sofort. Wenn es in deinen Mund kommt, wird es basisch. Natürlich, es schmeckt sauer, da ist Zitronensäure drin. Man kann also die Säure fühlen, wenn man etwas Zitronensaft in den Mund spritzt. Aber es wird basisch, sofort. Das Kalzium in der Zitrone interagiert, hat eine Wechselwirkung mit deinem Speichel und auch der Salzsäure in deinem Magen und wird zu etwas Wunderbarem. Das Kalzium, wovon viel in der Zitrone enthalten ist, ist basisch, sehr basisch. Es ist die Art von Kalzium, das der Körper nutzt. Seht, der Zitronenbaum seine Wurzeln, suchen nach dem Mineral. Seine Wurzeln gehen tief in die sandige Erde, berühren auch Lehmschichten und suchen nach Kalzium-Depots. Natürlich nehmen die Wurzeln Wasser auf, andere Mineralien, aber Kalzium ist der große Punkt. Dafür gibt es einen Grund. Nämlich, um Kalzium in die Frucht zu bekommen, in die Zitrone. Kalzium in einer Zitrone neutralisiert die schlechten Säuren. Das ist es, womit unser aller Körper gefüllt sind, schlechte Säuren. Wir laufen herum mit schlechten Säuren, wir essen Nahrung, die schlechte Säuren erzeugt. Wahrscheinlich würdest du nicht denken, dass ein Stück Brot sauer ist, richtig? Wenn du es in den Mund steckst, scheint es nicht sauer zu sein. Dasselbe mit einem Stück Huhn oder Käse. Aber sie sind tatsächlich sauer. Nun, Käse enthält zwar auch Kalzium, könnte man jetzt denken, aber das ist eine andere Art von Kalzium. Anders als das in einer Zitrone. Kalzium wird aus deinen Knochen und Zähnen ausgewaschen, um wirklich saure Nahrung und Getränke zu dämpfen, um deren Wirkung abzuschwächen. Getränke wie Kaffee, Nahrung wie Essig und vieles, vieles mehr. Wenn ihr das zu euch nehmt, muss Kalzium aus Knochen und Zähnen kommen, um ins Blut zu kommen und die Säuren zu neutralisieren. Wenn du hingegen Zitronenwasser trinkst, kämpfst du gegen diese Säuren. Du kämpfst gegen säurebildende Nahrungsmittel. Bekämpfst also das Schlechte, wenn du dein Zitronenwasser trinkst. Wir leben unser Leben, essen all diese säurebildenden Dinge ohne es zu wissen und verlieren damit täglich mehr von unseren Kalziumreserven. Wir sind also nicht wegen Zitronen beim Zahnarzt, sondern weil wir unter anderem all diese säurebildenden Dinge gegessen haben, über all diese Jahre. Und dann sehen wir im Internet diese Gesundheitsexperten, die auf Zitronenwasser schimpfen. Bei Zitronenwasser tun die Zähne weh und wenn man mal nachfragt, ist das das einzige Nahrungsmittel, bei dem dir die Zähne schmerzen? Hm, nein, auch bei heißem Kaffee eigentlich oder wenn ich ein Eis esse und so weiter. Bei diesem Zahn ist dann ein Hotspot und wenn man kaltes Zitronenwasser trinkt, spürt man ihn. Das Zitronenwasser verursacht somit nicht das Problem, sondern weist darauf hin. Es ist so leicht, diese Dinge auf eine Weise darzustellen, die für uns nicht hilfreich ist. Es ist leicht, plötzlich auf etwas herumzuhacken, was nicht wirklich das Problem ist. Aber wir schreiben ihm alles Mögliche zu. Zitronenwasser weist also manchmal auf eine Empfindlichkeit der Nerven hin, wenn man nach dem Trinken die Zähne spürt. Viele Menschen haben Nervensensitivität. Der Trigeminusnerv ist bereits empfindlich, die Nerven im Kiefer, die Gesichtsnerven sind empfindlich, Nerven im Mund, in der Zunge, der Vagusnerv empfindlich. Viele Menschen haben Herpes simplex 1 in ihren Nerven. Viele Menschen haben Verletzungen von Zahnbehandlungen an ihren Nerven, zum Beispiel wenn ein Zahn gezogen wurde, wenn an Zähnen gearbeitet wurde, Wurzelbehandlungen, Implantate, alles Mögliche. Kleine Verletzungen der Nerven entstehen auch oft durch die Nadel bei der Betäubung. Menschen bekommen Veneers. Nerven werden dadurch hypersensitiv, überempfindlich. Also haben Menschen oft bereits empfindliche Nerven und dann trinken sie Zitronenwasser und das macht diese Dinge lediglich sichtbar. Aber es hat sie nicht verursacht. Und dann gibt es diese Handvoll Menschen, bei denen die Zähne derartig viele Mineralienmängel in ihrem Leben schon hatten, dass sie unbemerkt auf eine Ebene gekommen sind, wo der Zerfall der Zähne nahe ist. Der Zahnarzt sagt dann, das sind einige Löcher, da stimmt was nicht, die Zähne beginnen auseinander zu fallen. Sie sind so etwas wie Zeitkapseln, unsere Zähne. Und es war nicht Zitronenwasser, was dich an diesen Punkt gebracht hat. Und dann sind da Menschen, die bereits dabei waren, krank zu werden, als sie mit Zitronenwasser begonnen haben. Sie haben es vielleicht noch nicht gemerkt, aber sie waren auf dem Weg dahin. Sie hatten vielleicht schon ein paar Symptome und haben sich dann im Gesundheitsbereich umgeschaut, auf der Suche nach Antworten. Aber sie waren bereits auf dem Weg, krank oder noch kränker zu werden, ohne dass es ihnen klar war. Sie hatten vielleicht vor ein paar Jahren einen Gürtelrose-Virus aufgeschnappt, zwei Epstein-Barr-Viren und einen oder zwei Simplex, vielleicht einen Zytomegalie-Virus und so weiter. Alles ohne es zu bemerken. Das sind einfach Dinge, die passieren. Wir können es nicht vermeiden. Wir können diese Sachen in Restaurants aufschnappen, beim Tattoo machen, vielleicht in einer neuen Beziehung. Und wir sind schon auf dem Weg, krank zu werden. Wir wissen es nur noch nicht. Wir haben schlafende Erreger in uns. Und an irgendeinem Punkt ist das Immunsystem einmal schwächer und plötzlich regt sich dieser schlafende Erreger, den wir vor vielen Jahren bekommen haben und meldet sich. 20 Symptome beginnen. Und zur selben Zeit bist du bereits auf der Suche und hast unter anderem mit Zitronenwasser begonnen. Und das ist dann alles, was man von jemandem hören muss, um Zitronenwasser in einem schlechten Licht zu sehen. Es gibt Menschen, bei denen diese Situation der Gleichzeitigkeit auftritt. Ein Gürtelrose-Virus, der bisher inaktiv war und nun hervorkommt, kann viel Schmerzen in den Gesichtsnerven verursachen. Trigeminus-Schmerz, Zahnschmerz, Zahnfleischschmerz, auch wenn es dann keinen Ausschlag durch den Gürtelrose-Virus gibt. Auch der Fieberblasen-Virus sitzt in unserem System. Wenn du vor zehn Jahren mal eine Fieberblase hattest, dann ist der Virus immer noch da. Und er ist immer noch in den Nerven. Und wenn er aktiv wird, tun die Nerven weh. Und die Zähne und das Zahnfleisch. Oder Aften, das ist ein anderer Herpes-Virus. Sie tendieren dazu, zu kribbeln und zu brennen und dann zeigt sich diese Stelle im Mund und es tut dort weh. Und dann trinkt man Zitronenwasser. Wenn man Aften hat, die gerade dabei sind, sich zu entwickeln und das Zitronenwasser läutet, dann die Glocke. Also es tut weh. Diese Zusammenhänge werden nicht verstanden und der Zitrone wird die Schuld gegeben. Dabei haben wir Millionen Menschen in Zahnarztstühlen, die in ihrem Leben kaum je eine Zitrone gegessen haben. Und es werden Zitronen beschuldigt und Menschen in die falsche Richtung geschickt. Und das ohne die Ursachen für die Krankheiten der Menschen überhaupt zu kennen. Eine der großen Ursachen für viele Erkrankungen sind Krankheitserreger, Bakterien und Viren. Und Zitronen sind antibakteriell und auch antiviral. Das ist eines der Geschenke der Zitrone. Wenn du die Zitronen also im Supermarkt siehst, dann ist die Situation ungefähr so. Auf dem Griff meines Einkaufswagens sitzen ungefähr 5 Viren und 10 Arten von Bakterien. Es könnten sogar 100 Arten von Bakterien sein. Und in dieser Obstabteilung ist diese Zitrone, die antiviral und antibakteriell ist. Und die muss in meinen Körper gelangen. Aber das weißt du wohl nicht. Denn die Wissenschaft möchte nicht, dass du über diese antiviralen und antibakteriellen Komponenten Bescheid weißt. Es ist ein Antiseptikum gegen diese Erreger, das Zitronenwasser. Menschen laufen herum mit stagnierenden, trägen Lebern. Lebern, die dicht und verhärtet sind. Hast du je jemanden gesehen, der wirklich stark gebläht ist, wo der Bauch heraussteht und der ist hart, wirklich hart? Da geht es nicht nur um Blähungen, sondern die Leber ist verhärtet, sie ist zäh. Ein bisschen wie bei einer alten Kuh, wo das Fleisch dann zäh geworden ist, nicht mehr zart. Wenn du so eine Kuhleber kochst und dann isst, dann musst du mit deinem Messer richtig sägen. Es ist kein zartes Fleisch. Ich empfehle nebenbei gesagt nicht, diese Leber zu essen, denn die Leber muss der Filter sein für all die Gifte und ist höchst toxisch. Und auch bei uns, wenn wir älter werden, wird auch unsere Leber toxisch, träge, voller Fett. Es baut sich all das Fett in und um die Leber herum auf. Sie wird nicht weicher, sondern härter. Die Gründe sind unter anderem die vielen Gifte, giftigen Düfte und so weiter, denen wir ausgesetzt sind und die Erreger, die in der Leber sitzen, auch das viele Fett in unserer Ernährung. All das baut sich in unserer Leber auf und mit der Zeit wird sie härter. Das passiert jedem. Und irgendwann bekommen wir verschiedene Symptome. Also, wie verteidigen wir uns? Der Liver Flush, die Leberspülung, mit dem Zitronenwasser. Zitronenwasser, das unsere Leber jeden Morgen durchspült. Abends legen wir uns schlafen. Ins Bett. Wir schlafen, aber unsere Leber schläft nicht, sondern das ist die Zeit, wo sie wirklich hart für dich arbeitet. Zu Beginn der Nacht schläft die Leber ein kleines bisschen. Und dann, während du tiefer in deinen Schlaf sinkst, wacht deine Leber auf. Okay, an die Arbeit. Unsere Lebern sorgen sich um uns, arbeiten für uns, lieben uns bedingungslos, trotz der fettigen, schweren Mahlzeiten, mit denen wir ihnen das Leben schwer machen. Das Ziel der Leber ist, die Sauerei, den Müll aufzuräumen. Sie ist der Filter. Sie arbeitet fieberhaft. Eine kleine Gruppe Elfen, in dieser deiner Leber arbeitet die ganze Nacht, während du einfach schläfst. Übrigens schnarchen einige von euch, weil eure Leber einfach so verstopft und träge ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber deine Leber steht wirklich hinter dir und passt auf dich auf. Es ist nur so, dass wir das umgekehrt auch mit ihr tun sollten. Und eine Möglichkeit dafür ist das Zitronenwasser am Morgen. Morgens sagt die Leber, also ich habe all den Dreck eingepackt, in Säcke. Es ist nun bereit, abgeholt zu werden. Und deine Leber hofft und betet, dass du ihr dabei nun hilfst. Und die Leber wartet und beobachtet dich. Sie wartet, was du tun wirst. Und sie sieht, wie du zu deiner Frau gehst, die gerade Eier und Speck in die Pfanne tut, weil ihr das zum Frühstück essen möchtet. Aber vielleicht bist du auch jemand, der einen halben oder sogar einen Liter Zitronenwasser am Morgen trinkt und deine Leber jubelt und feuert dich an. Denn wenn du das tust, dann erzeugst du eine Welle, wie eine Welle, die auf den Strand zurollt. Und während du all dieses Zitronenwasser trinkst, erzeugt das eine Spülung. Deine Leber braucht am Morgen Hydrierung. Das ist eines ihrer Bedürfnisse. Auch sonst, aber besonders früh am Morgen, denn sie braucht diese durchspülende Kraft. Euer Lymphsystem wird auch nur so gut sein wie eure Leber. Wenn ihr also das Lymphsystem durchspülen wollt, dann müsst ihr das mit der Leber machen, denn das ist die Wurzel, das Fundament des Lymphsystems. Trockenbürsten, Lymphdrainage, das ist alles gut und können wir machen, aber es ist nicht das große Ticket, die große Eintrittskarte. Es ist nicht der Salat selbst, nur das Dressing auf dem Salat. Wenn du dieses Zitronenwasser hinunterschickst in deinen Magen, dann beginnt ein Teil in den Blutkreislauf zu gehen, der Rest in den Dünndarm und dann hinauf die Leberpfortader, die Autobahn. Eine Welle der Hydrierung, eine Spülung, beginnt auf diesem Weg in die Leber einzutreten. Direkt aus dem Verdauungstrakt. Es ist eine Explosion. Da sind Elektrolyte drin in dieser Zitrone und Antioxidantien. Das Vitamin C in der Zitrone ist ein starkes Antioxidant. Auch Mineralien sind im Zitronensaft, lebendige Elektrolyte, keine künstlich hergestellten, sondern lebende, natürliche Elektrolyte. Und wenn diese Elektrolyte Gifte berühren, dann neutralisieren sie sie. Eine chemische Reaktion findet im Körper statt. Und was dabei cool ist, wenn dieses Zitronenwasser runterkommt in den Verdauungstrakt, dann wird es förmlich hinaufgesaugt von der Leber. Sie zieht das Blut hoch, auf der Suche nach Nährstoffen und Wasser aus dem Verdauungstrakt. Die Leber erzeugt morgens eine Ansaugung. Sie versucht Nährstoffe anzuziehen, die sie braucht, um ihre Arbeit zu tun. Und das Zitronenwasser ist eine der ultimativen Nährstofffabriken. Dass der Leber am Morgen einen Stoß gibt, den sie braucht, um all diesen Müll zu schnappen und hinaus zu befördern. So dass er den Gallengang hinauf und in den Darm kommt, um ausgeschieden zu werden. Und der Zitronensaft am Morgen ist das Ticket dazu. Denn du isst dann nichts Schweres, Dichtes, Fettiges. So ist die Leber am Morgen frei und klar, um diese Aktion des Saugens durchzuführen. Und so diese Elektrolyte und antiviralen, antibakteriellen Komponenten in die Leber zu bringen. Dann säubert sie sich, reinigt sich und spült die Toxine und Gifte des vergangenen Tages. Und vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar Gifte der vergangenen Jahre hinaus. Ihr werdet überrascht, was da alles ausgespült wird. Hinauf über den Gallengang in den Darm, um ausgeschieden zu werden. Und dann ist da auch noch das Blut, das wieder aus deiner Leber hinaus fließt. Auch dieses Blut hat nun Zitronenwasser. Denn die Leberpfortader hat Blut hinaufgesogen, durch die Leber gebracht und damit auch die ganzen positiven Inhaltsstoffe des Zitronenwassers. Also hat es nicht nur eine Spülung, eine Reinigung der Leber gegeben, sondern der Blutstrom geht aus der Leber weiter zum Herzen. Und dieses aus der Leber kommende Blut enthält auch einige Gifte und Toxine. Aber das Zitronenwasser neutralisiert sie, macht sie bereit dafür, über die Nieren ausgeschieden zu werden. Das ist der nächste Schritt, der hier passiert. Es ist eine Kombination aus beidem. Einigen Menschen wird gesagt, sie sollen den Zitronensaft in heißem Wasser trinken. Das ist aber ein Fehler, ein großer Fehler. Es funktioniert nicht. Es ist natürlich in Ordnung, Zitrone auch in heißen Tee oder als Zutat beim Kochen in Gerichte zu tun, aber das ist etwas anderes. Im heißen Zitronenwasser geht die Kraft der Zitrone verloren, um diese Spülung, diese Reinigung der Gifte am Morgen zu ermöglichen. In dem Moment, wo man den Zitronensaft kocht, verändert man ihn. Seine Komposition, seine Struktur, seine Komponenten zerstört. Nicht alles ist komplett zerstört. Es gibt noch immer einige Nährstoffe und so weiter. Und es ist daher auch völlig okay, ihn beim Kochen oder im Tee als Zutat zu verwenden. Wir profitieren davon. Das Vitamin C zum Beispiel kann genug überleben, um davon noch immer zu profitieren. Aber man verliert so viel von seiner Kraft lebendiger Elektrolyte, lebendiger phytochemischer Komponenten, lebendiger Nährstoffe, Spurenelemente und Antioxidantien. Sie müssen lebendig sein. Denn die Zitrone hat mehr als ein Antioxidant, weit mehr als Vitamin C. Dutzende davon. Und so werden mit heißem Wasser die wichtigsten Aspekte der Zitrone zerstört. Und das ist ein Grund dafür, warum Menschen mit Zitronenwasser dann nicht so viel bewirken. Und ein anderer Grund kann auch die Menge sein. Viele Menschen trinken nur ein Viertelliter. Und das ist besser als nichts. Aber wenn man dann auch noch ein Viertelliter heißes Wasser trinkt, man kommt damit nicht weit. Lauwarm, kalt oder Zimmertemperatur ist okay, aber nicht heiß, wenn das Zitronenwasser in der Lage sein soll, seine Spülung zu machen. Zitronenwasser und Selleriesaft tun unterschiedliche Dinge im Körper, aber sie können beide die Nadel auf der Waage der Heilung bewegen. Sie sind sehr wichtig für die Heilung. Darum trinkt man bei der Medical Medium Morgenreinigung Zitronenwasser, dann Selleriesaft. Und dann geht es von da aus weiter. Und ihr lasst die Fette weg bis zum Mittag. All das hilft der Leber sehr. Zitronenwasser ist ein Teil davon. Wenn man es richtig macht, hat es diesen spülenden Effekt. Und du brauchst auch die Menge, einen halben Liter oder einen Liter dafür. Wenn du nur wenig trinkst, ist es dafür vielleicht nicht genug. Ein Viertelliter, ein Glas, ist gut, mag aber nicht genug sein, wenn du krank bist. Dann brauchst du zwei Gläser. Einen halben Liter mindestens, als erstes am Morgen, wo noch keine Fette da sind, die die Leber an der Spülung hindern. Und Menschen, denen es ums Lymphsystem geht, müssen verstehen, dass sie sich um die Leber kümmern müssen. Denn das Lymphsystem ist nur der Überlauf. Zitronenwasser ist wie ein Ticket auf dem Zug zur Freiheit. Behaltet bitte im Hinterkopf, dass es giftige Zitronenersatzprodukte gibt. Das ist nicht dasselbe. Du musst frische Zitronen nehmen. Wenn du möchtest, kannst du auch nur eine halbe Zitrone für deinen Liter nehmen. Das kann auch noch ausreichen und du kannst die andere Hälfte für später aufheben. Du musst auch aufpassen bei natürlichen Zitronenaromen. Das ist Natriumglutamat und hat mit Zitronen nichts zu tun. Auch bei ätherischen Ölen müsst ihr aufpassen. Ätherisches Öl Zitrone ist okay, aber ihr dürft es nicht innerlich anwenden. Das ist nicht dasselbe wie frischer Zitronensaft und kann sogar sehr irritierend wirken. Also hier muss man auch vorsichtig sein. Zitrone in Salaten zu nutzen und über andere Gerichte zu geben, ist auch eine großartige Sache. Es ist etwas anderes als das Zitronenwasser am Morgen, aber es ist trotzdem auch sehr gut. Und das Zitronenwasser kannst du natürlich zusätzlich den ganzen Tag über auch trinken, aber für die Spülung muss es das erste am Morgen sein. Und noch eine Sache. Trinke nicht puren Zitronensaft oder den Saft von 4-5 Zitronen mit ein bisschen Wasser. Denn das ist nicht das, was du brauchst. Die Hydrierung ist nicht gegeben. Dafür braucht man genug Wasser. Nimm also den Saft einer halben Zitrone für deinen halben Liter oder Liter und trinke es aus. Wir leben in einer Welt, in der die Industrien es mögen, wenn wir krank sind. Sie mögen es, weil wir die Abnehmer für die Dinge werden, die sie herstellen und anbieten. Wenn wir krank bleiben, brauchen wir immer weiter von ihren Dingen, bis wir sterben. Und so denken die Industrien. Die Industrien mögen keine Zitronen. Sie mögen nicht, was Zitronen tun können. Und sie möchten nicht, dass Menschen Zitronenwasser trinken. Und sie möchten nicht, dass das, was Gott uns in dieser Zitrone gegeben hat, in unsere Körper gelangt. Denn während wir heilen, werden die Industrien weniger gebraucht. Mutter Natur gibt dem Zitronenbaum Leben. Mit dir im Hinterkopf. Diese Zitronenbäume gibt es seit tausenden von Jahren und es gibt einen Grund für ihre Existenz. So, wie es einen Grund für deine Existenz gibt. Und wenn wir diese Zitrone und ihren wertvollen Saft zu uns nehmen, sieht uns Mutter Natur eine Prophezeiung erfüllen. Seit tausenden von Jahren. Eine Prophezeiung, die Mutter Natur oder Gott, der Schöpfer, hier für uns platziert hat. Während die Industrien unsere Systeme, unsere Körper verdrecken, brauchen wir Reinheit. Die reinigende Kraft der Zitrone soll nie unterschätzt werden. Wenn du eine in deiner Hand hältst, dann denke an die Reinheit in dieser Zitrone. Denke daran, wie sie den Körper reinigt, dein Blut, deine Organe, dein Gehirn, deine Leber. Und denke an die Mission in deinem Leben, die die Zitrone beinhaltet. Sie sollte ein Teil deiner Routine werden, deines täglichen Lebens, während du die Straße hinuntergehst und jeden Schritt nimmst. Denke daran, was dieses Zitronenwasser und die Kraft der Zitrone für dich tun, während du dich bewegst, während dein Blut pumpt, während dein Herz sinkt, während deine Gedanken denken. Denke daran, was diese Zitrone dir zu tun hilft, hervorzubringen und zu erreichen. Wenn die Zitrone auf einem Baum hängt, brennt die Sonne auf sie nieder und sie dringt in die Zitrone ein, jede Woche, jeden Monat. Während die Zitrone sich entwickelt, wird Licht eingeflößt ins Zentrum dieser Zitrone. Und dieses Licht wird auch uns eingeflößt, wenn wir daran teilhaben, was die Zitrone anbietet. Ja, das waren Informationen aus Anthony Williams Podcast vor einer Woche. Heute gibt es bereits den 9 über 10, habe ich gerade gesehen. Es ist 5 Uhr am Morgen, ich bin heute früh dran. Ich habe bereits die Hälfte von meinem Zitronenwasser vor dem Aufnehmen von diesem Video getrunken und werde jetzt noch den Rest trinken. Zu Anfang meiner Medical Medium Zeit habe ich einen halben Liter Wasser mit einer halben Zitrone getrunken und habe das jetzt aber schon seit Jahren, als ich mich so ein bisschen an diese Flüssigkeitsmengen gewöhnt hatte, auf einen Liter Wasser mit einer Zitrone erhöht. Und ich tue noch ein bisschen Honig da rein, also die Richtlinie ist ungefähr ein Teelöffel. Ich empfehle das Zitronenwasser gerne, vor allem, weil es für die meisten Menschen viel leichter umzusetzen ist als viele der anderen Medical Medium Tools. Es kostet nicht so viel und ist auch im Geschmack für die meisten kein Problem. Ja, wenn ihr meine Übersetzung unterstützen wollt, dann könnt ihr die Möglichkeit nutzen, über die Links unter dem Video eure Supplements zu bestellen. Das ist für euch nicht teurer als sonst auch, aber ich bekomme dann eine Affiliate-Provision und das hilft mir. Zur Erinnerung, heute ist Vollmond. Ich verlinke euch nochmal die Mondmeditation unter dem Video. Dafür wäre heute ein guter Tag, auch wenn man sie immer machen kann. Ich habe den Vollmond gestern Abend schon bewundert. Er ist dieses Mal sehr groß und nah an der Erde, wunderschön. Ich wollte noch sagen, was mich in diesem Video auch wieder berührt hat, ist, dass Anthony immer wieder darauf hinweist, dass wenn wir uns mit unserem Bewusstsein verbinden, mit der heilenden Kraft der Nahrungsmittel, also er sagt es hier nicht so direkt, aber er sagt es an anderer Stelle, dann denke ich, ist die Wirkung erhöht. Also er fordert uns jedenfalls immer wieder auch dazu auf. Und ich finde es wunderschön, die Vorstellung, dass Licht eigentlich in uns eingeflößt wird. Übrigens durch alle diese ganzen Nahrungsmittel, denkt an Mangos oder Orangen, flüssiges Sonnenlicht ist das eigentlich. Bei den Orangen, wenn wir Orangensaft trinken zum Beispiel. Okay, ich finde die Zeiten sind im Moment irgendwie mitunter anstrengend. Also wie Anthony immer sagt, keep a light heart, bewahrt euch ein leichtes Herz. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.